herzlich willkommen beim eintracht frankfurt podcast ausgabe nummer 561 mein name ist rené außerdem heute mit dabei frau pradizia hallo und der herr dennis ja servus hallo ja nachdem es ja letzte woche nicht geklappt hat und wir eigentlich ganz dringend über die bayern oder gegen das spiel der eintracht gegen die bayern sprechen wollten haben wir gesagt dann machen wir halt diese woche und sprechen stattdessen über die nationalelf möchte ich über die nationalelf reden große zustimmung ja habt ihr denn länderspiele geguckt also das länderspiel stattgefunden hat das ja hatte ich die laufen die ersten zehn minuten und habe mich dann gewundert dass irgendwie dass sie nicht im eintracht trikot spielen ja ja genau nein auch dass im endeffekt die hatten glaube ich nach einer minute ein tor geschossen oder so ich habe es nur nebenbei laufen gehabt und habe dann geguckt und denkt so null null okay wird wohl zurückgenommen und hatte dann irgendwie mitbekommen dass es wohl wieder mit irgendwelchen situationen dass kein mensch wie der var er einfach oft ist also wir können uns damit in der bundesliga auch ja ich sage jetzt mal es läuft in der nationalmannschaft auch nicht anders oder besser das muss wohl auch eine katastrophe gewesen sein mit der kommunikation und was weiß ich und warum was prüft er da jetzt also es ist anscheinend kein kein einzel bundesliga problem sowieso nicht aber also egal übergreifend wissen wir da ist schwierig aber sonst habe ich wie gesagt auch nichts mitbekommen wie ging es denn aus da ging es dann irgendwie am ende glaube ich habe es trotzdem 1 0 ausgegangen wenn ich trotz dieses nicht gegebenen da fragst du mich jetzt so viel ich kann es ja tatsächlich gar nicht sagen gut aber wir haben ja gesagt länderspiel abhaken die erste minute des podcast ich hätte dir jetzt aus dem stehgreif sagen können dass die eintracht frauen gestern 6 0 gegen freiburg gewonnen haben das wollte ich auch gerade sagen das habe ich nämlich so halbwegs verfolgt so so es mir möglich war ich hatte nicht so viel zeit gestern abend aber das habe ich so zumindest das ende irgendwann stand es halt so ich dachte so naja schaust du mal klappt das mit der tabellenführung ne und dann steht so 2 0 und ich dachte sieht gut aus irgendwie freiburg hat auch rot und dann gucke ich so paar minuten später gefühlt noch mal auf einmal steht es 4 0 und ich dachte so was also was ist passiert was ist hier los und dann ist es ja das also das 4 bis 6 0 ging ja sehr sehr schnell das waren ja irgendwie vier minuten die da gebraucht wurden um einen hat trick zu schießen tatsächlich und das also das war wirklich komplett wild also die haben was abgerissen die haben gesagt tabellenführung ja also unbedingt ne aber auch nicht so irgendwie wackelig sondern sicher tabellenführung wir wollen das also eindeutig haben dieser sieg muss hier so eindeutig sein das nehmen wir mit das war schon cool haben sich auch gedacht von wegen was die was die männer können in der nachspielzeit das können die frauen noch besser ihr habt ein tor in der nachspielzeit geschossen wir machen mal vier äh drei waren es ja 90 92 und 94 fand ich krass also ich dachte auch so hu laura freigang doppelpark die wird so die spielerin des spiels sein und dann kommt hier chiba wird glaube ich eingewechselt die ist für freigang in der in der 80 oder irgendwas eingewechselt ja also 78 glaube ich ja irgendwie so was relativ spät dann kommt die wärmt sich so zehn zwölf minuten auf und dann macht die einfach ein hat trick innerhalb von vier minuten ab der 90 das ist so krass ja also was die gerade abreißen ist echt echt wahnsinn ja ja sehr sehr stark ja aber alle alle eintracht mannschaften gerade sehr sehr stark unterwegs also männer sprechen wir ja regelmäßig drüber frauen jetzt auch gerade mit tabellenführung ich glaube die u-mannschaft ist auch gerade relativ gut unterwegs wenn ich das so richtig im kopf habe die verfolge ich tatsächlich mit am wenigsten also sie waren relativ schlecht unterwegs glaube ich glaube ich glaube sie hat haben sich so ein bisschen verbessert dass ich mich da gerade vertue aber ich meine da irgendwas gelesen also sie waren leider ich glaube vorletzter gewesen vor zwei wochen ja okay dann kann ich mich vertue wie gesagt das ist leider so ein bisschen der blinde fleck das verfolge ich tatsächlich so mit am wenigsten ja aber dann lasst uns doch mal über die bundesliga oder generell die saison der der eintracht männer was ja hier unser hauptthema immer ist sprechen fünf spieltage sind rum zwei pokalspieltage wir haben bislang eine niederlage auf dem auf dem zettel das war das erste ligaspiel gegen dortmund der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch was jetzt auch gar nicht so unbedingt eindeutig war also dortmund war jetzt nicht haushoch überragen überlegen auch wenn das ergebnis am ende des tages vielleicht da irgendwie so ein bisschen was anderes spricht danach kleine siegesserie und dann sind wir jetzt ja mit dem unentschieden gegen die bayern in diese in diese länderspielpause gerutscht dazwischen war da noch das unentschieden im pokal gegen pilzen und der doch sehr eindeutige sieg gegen beschickt das und die frage die ich jetzt an euch habe ist wie ist dann so euer mir hat basti ist gestern bei fußball 2000 genannt euer eintracht gefühl gerade so patricia möchtest du mal anfangen ja gut ist das eintracht gefühl also ich kann da gar nicht so viel ausführen weil es macht spaß zur zeit es läuft gut die ergebnisse stimmen rundum eigentlich zufrieden weil es gibt auch gar nicht also ich will auch gar nicht viel motzen und es gibt auch tatsächlich nicht so viel aktuell über das man sich beschweren könnte klar ich sag mal so es ist nicht dass man jedes spiel jetzt als die dominanteste mannschaft der welt auftritt und keine fehler macht aber das verlange ich auch gar nicht also mir reicht das schon vollkommen wenn die ergebnisse stimmen beziehungsweise eigentlich wird es mir auch schon reichen wenn die einigermaßen stimmen jetzt stimmen sie sehr und es macht auch spaß zuzuschauen also man hat das gefühl die haben bock die mannschaft ist eine mannschaft und die spielen ansehnlichen fußball auch noch dazu also es macht auch wirklich spaß diese spiele zu schauen es ist ja ist ja du kannst ja auch oben an der spitze stehen irgendwie und dann biederen fußball spielen der jetzt nicht so viel spaß macht ich glaube mir wird es trotzdem gut gehen weil wenn die eintracht irgendwann der spitze steht dann ist es gut aber so ist es natürlich noch schöner wenn es irgendwie dann auch noch zeitgleich spaß macht zumal wir ja in der vergangenen saison alle so ein bisschen unsere probleme mit der spielweise hatten und mit diesem gefühl dass man sich nicht so mitgerissen fühlt und ich finde das ist jetzt aktuell anders also mir macht sehr viel spaß aktuell dennis wie ist es bei dir gehe ich voll mit auf jeden fall es ist schön du hast auch diese highlights die einfach in mamouche oder ektik da mitbringen vorne noch mal das kollektiv funktioniert du merkst einfach das ist eine richtig richtig tolle sache dass du auch die neu verpflichtung gerade in der abwehr auch die dann richtig spaß machen die einen mitreißen die hatte zum beispiel der richtig dann auch schon merkt als würde er schon immer dazugehören die leute anstachelt lust hat mit denen was zu machen christen sowieso auch also das sind so du merkst einfach das ist im endeffekt sehr sehr emotional an vielen stellen auch so wo du sagst ja da wird richtig mitgerissen ein schönes beispiel ich war auch im stadion bei frankfurt bayern und wie geil sich die leute wieder im arm gelegen haben nach den toren gerade nachdem natürlich da hinten raus dass man muss sting in der was war das vier neunzehn fünf neunzehn minute ja das war natürlich ja merkst du dass wieder so richtig bock ist dass die leute sich in wild fremd wieder im arm gelegen und da die bierbecher geflogen und was weiß ich also lange zeit wo so diese emotionalität mir gefehlt hat das war jetzt zumindest in diesem ja du hast gesagt wie viel der spieltag ist es jetzt sechster siebter spieltag sechster sechster in der liga und dann noch die spiele international dann noch dfb pokal also es ist eine schöne schöne reise die da momentan gegangen wird und du merkst auch dass ich viele leute jetzt auch endlich wieder darauf einlassen können sagen mensch die eintracht die macht richtig bock die macht spaß so geht es mir auch patricia habe ich auch so verstanden dass sie da momentan richtig freude daran hat wenn auch und da muss man natürlich immer sagen ein paar stellen einfach immer noch ja diese spielzeit nicht über 90 minuten gezeigt wird aber das sind jetzt wieder sachen da kannst jetzt im detail natürlich wenn darüber müssen wir sicherlich sprechen irgendwann was ist wirklich jetzt noch zu verbessern wo sind sachen die nicht gut laufen aber auch diese euphorie sich davon mal tragen zu lassen ist ja auch mal gesund und gut und momentan gefällt es mir auch richtig gut wie ist denn bei dir rené ich bin auch sehr zufrieden natürlich gerade auch weil die ergebnisse stimmen wie patricia schon gesagt hat aber einfach weil ich jetzt glaube zu sehen dass die entscheidungen die man in der vergangenheit getroffen hat die richtigen waren und das war ja immer auch so ein bisschen die fragestellungen also auch als wir in die saison dieses jahr oder in diese saison eingestartet sind wo wir auch gesagt haben man muss jetzt einfach gucken ob die ob die geschichten die man erzählt hat oder die 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 ja ausflüchte will ich jetzt nicht sagen aber die die antworten die man gegeben hat auf die frage wann wird es denn besser wo man gesagt hat man muss geduld haben wo wir am anfang gesagt haben so naja ist es denn so bekommen wir jetzt tatsächlich den beweis oder wird es jetzt erst mal wieder irgendwie so ein bisschen saure gurkenzeit und ich finde dass man so ein stück weit erahnen kann dass die entscheidungen die man da getroffen hat die richtigen waren dass man sich nicht irgendwie überhitzt hat in dieser trainer diskussion die ja dann da irgendwie da war auch bei dem thema der spieler verpflichtung einfach ruhig geblieben ist und ich glaube schon dass man das an der stelle durchaus ja auch noch mal erwähnen und respektieren sollte dass da auch ja entscheidungen getroffen sind und man auch bei diesen entscheidungen geblieben ist und nicht so klassisches wie wir es ja im fußballgeschäft des öfteren in der vergangenheit schon erlebt haben so kurzschlussreaktionen weil gerade irgendwie weiß ich nicht der regen halt mal drei minuten von links und nicht von rechts kommt oder so das finde ich einfach irgendwie sehr gut ich habe mir allerdings auch die frage gestellt und ich habe für mich selbst noch keine antwort gefunden aber vielleicht könnt ihr mir eine geben was ist denn das was gerade eben mehr überwiegt sind es tatsächlich die ergebnisse oder ist es die art und weise wie die mannschaft auf dem feld agiert und wären wir genauso euphorisch auch wenn wir jetzt das spiel gegen wolfsburg vielleicht unentschieden gespielt hätten oder gegen glattbach ähm unentschieden gespielt hätten oder verloren hätten was ja auch durchaus drin gewesen wäre was glaubt ihr denn wie wäre es denn für euch gewesen wenn es jetzt nur die spielweise aber nicht die ergebnisse gewesen wären denn es du ja ich denke du musst die ergebnisse ziehen und das ist natürlich das wo die leute auch hier momentan sehr in ruhe arbeiten können wenn jetzt hier wieder die ergebnisse nicht stimmen kommt sofort wieder das geschrei nach auch wenn du tollen fußball oder tollen fußball wenn du nicht die effizienz dann hast dann geht wieder das denken los dann hast du wieder die problematik dass trotzdem dann angesprochen wird momentan sind einfach alle kritiker die und du hast ja eben was sehr gutes gesagt rené die dino im endeffekt jetzt schon lange absägen wollten sind momentan sehr ruhig weil sie sagen okay wir sehen auch natürlich eine entwicklung im fußballerischen man sieht den stil kommt natürlich zugute dass er dann auch noch die knipser vorne drin hat man muss überragend seit eigentlich schon saison start ja in der top form du hast an viele viele sachen die natürlich ihm helfen in ruhe zu arbeiten und so können alle besser agieren du siehst das dann auch wenn der bimbe reinkommt wenn es kompliziert ist und das wissen wir noch aus der vorsaison war das dann auch der ist dann reingekommen und konnte auch sein potenzial überhaupt nicht abrufen hier kam er jetzt in die mannschaft läuft und macht dann selbst nach der einwechslung sofort seine tore es sind viele punkte die einfach für ein sehr sehr gutes ruhiges umfeld sorgen die spieler fühlen sich dann wohl der trainer sowieso ja auch wenn du da sportvorstand und so weiter die anguckst das ist alles ein viel viel ruhigeres arbeiten und das ist nur auch den ergebnis natürlich mit geschuldet da kannst du einen tollen fußball spielen wenn es am ende hätten wir jetzt hier wie du sagst fünf punkte sechs punkte weniger dann hängst du schon wieder mit platz sieben hinten an ja ich sag mal zwölf dreizehn dann wird sofort wieder kritik laut jetzt momentan mit 13 punkten aus den sechs spielen da ist nichts zu meckern und hast sogar so ein brocken gehabt wie die bayern aber ich denke schon das hängt viel an den ergebnissen patricia denkst du auch oder bist du eher bis zu besänftigen du selbst wahrscheinlich schon aber denkst du die kritiker wären auch zu besänftigen gewesen wenn die ergebnisse jetzt nicht so gestimmt hätten ne ich glaube nicht also ich stimme dir dazu ich glaube die ergebnisse sind schon wichtig du hast gesagt damit einfach diese gewisse ruhe herrscht weil wenn die ergebnisse nicht kommen dann würde man glaube ich die spielweise auch anders betrachten dann würde man sehen und sagen ach das ist aber vielleicht zu risikoreich oder ach was soll denn irgendwie dieses weiß ich nicht diese pässe da da müssen wir uns was anderes überlegen vielleicht müssen wir dann anderen spieler einsetzen dann geht es auch irgendwie das gespielte fruchtet und dass man am ende punkte mitnimmt so da würde man sich wieder in irgendwelchen gedankenkarussellen verlieren und dann würden wir wieder vielleicht davon reden irgendwie fehlen ja also ich weiß ganz genau bei uns wäre dann die diskussion ach das sieht ja schon ganz gut aus aber die einzelnen stellschrauben an denen noch mit gedreht werden müsste das wäre genau diese diskussion die wir dann führen würden und dann würden wir überlegen welche stellschrauben sind das denn ich weiß es nicht boah ich kann irgendwie nicht sagen was gerade fehlt aber irgendwas fehlt noch so das wäre der fall wenn die ergebnisse nicht kommen würden umgekehrt würden wir gute ergebnisse einfahren glaube ich werden relativ viele leute einfach zufrieden ich kann mir aber vorstellen wenn die spielweise irgendwie langweilig und nicht mitreißend wäre dass dann diese gewisse euphorie nicht in der form entfacht wäre wie sie jetzt ist also ich glaube da wären nicht alle so ausgelassen und mitgerissen wie es aktuell der fall ist glaube aber trotzdem die ergebnisse sind im endeffekt also ergebnis schlägt spielweise wenn du irgendwie erfolgreich spielst und das jetzt vielleicht nicht der attraktivste fußball ist gibst du dich eher zufrieden als wenn du den schönsten fußball spielst aber du jedes mal 0 zu 3 auf die fresse kriegst dann bringt dir das auch nichts auf gut deutsch gesagt von daher ich glaube es ist ein mix perfekt ist natürlich schöne spielweise und ergebnisse aber ich glaube die ergebnisse sind im endeffekt das was auch die ruhe reinbringt und was auch so eine gewisse zufriedenheit rum reinbringt ohne jetzt zu sagen wir sind zufrieden wir sind gesättigt und es geht nicht besser also ich glaube schon dass da im hintergrund noch an vielem vielem gearbeitet wird was noch nicht so gut klappt aber es legt halt so eine grundlage auf der du wie denn es gesagt hat entspannt arbeiten kannst wie du hast gerade eben ja angesprochen dass oder dennis hat das für ihn auch schon gesagt dass trotz dessen dass die ergebnisse da sind und die spielweise eigentlich auch genau das ist wo man im letzten jahr gesagt hat so 8 das fehlt uns ist es emotionen da es ist eine mannschaftliche geschlossenheit da es wird gekämpft das wird sich in jeden ball irgendwie reingeworfen und trotzdem ist noch nicht irgendwie alles so 100 prozent was ja auch irgendwie ganz ganz gut ist was halt einfach auch zeigt so nach dem motto da ist noch da ist noch irgendwie ein bisschen ein bisschen luft nach oben und auch gerade wenn man sieht welche spieler da noch irgendwie auf der auf der bank sitzen die noch gar nicht richtig irgendwie in dieser saison bislang zum einsatz gekommen sind oder gerade jetzt erst irgendwie in den letzten zügen wenn man jetzt mal zum beispiel auf moder hut guckt er jetzt irgendwie dann kurz vor der länderspielpause seine einsätze hatte sowohl bei beschikters als auch gegen die bayern und wie ich fand da eigentlich auch ein sehr überzeugendes spiel gemacht hat wie sehr gibt euch das noch mal zusätzliche ja motivation vor freude zuversicht zu sehen dass da einfach noch noch weil sie nicht 20 prozent drauf gesetzt werden können wenn da wirklich mal alle so komplett in form und shape sind patricia ich finde es spannend muss ich sagen also dass man einerseits noch dieses unausgeschöpfte potenzial hat wie einen usun wie eventuell auch ein bar hoja also der kam jetzt zwar rein aber so richtig viel haben wir ja noch nicht gesehen von einzelnen spielern das finde ich einerseits spannend andererseits finde ich auch beruhigend zu wissen dass wir zum beispiel ein moder hut aber das gilt für ganz viele aktuell auch in martanowitsch der jetzt nicht immer startelf spielt so dass wir einfach potenzial auf der bank haben und dass wir von der bank nachlegen können oder eben auch mal rotieren können das wird jetzt vielleicht nicht immer komplett ohne leistungseinbußen gehen weil es geht natürlich auch darum wie sind einzelne spieler miteinander eingespielt wie sind die abläufe und je mehr du rotierst desto schwieriger wird es da immer ein gleichbleibendes niveau zu halten aber ich habe zumindest keine bauchschmerzen nicht mal auf der torwart position wie wir jetzt gesehen haben ich habe keine bauchschmerzen wenn ich weiß hey da kommt jetzt vielleicht jemand von der bank oder hey morgen startet mal jemand anders da denke ich mir ach cool krass dass der auch mal eine chance bekommt gefällt mir und die allermeisten beweisen sich ja auch auf bei den chancen die sie haben beziehungsweise zeigen ansätze wo man sagt da kann man echt drauf aufbauen das gibt auch hoffnung eventuell auch für transfer perioden wenn man sagt hey da geht vielleicht auch irgendwann wieder der ein oder andere aber wir haben noch andere spieler da die eben den schritt gehen können und sich dann ja in eine startelf spielen können oder irgendwie eine wichtige rolle für die mannschaft einnehmen können deswegen das finde ich in dieser saison glaube ich krass wie noch wie wie schon lange nicht mehr dass wir echt viel potenzial haben und noch viele spieler von denen ich mir noch einiges erhoffe wo ich auch glaube da haben wir auch noch nicht alles gesehen gegen frage macht euch sorge wenn man jetzt sehen würde dass jetzt irgendwie alle spiele irgendwie an ihr leistungsmaximum ankommen dass dann irgendwann unruhe kommt weil ja es können ja nur zehn feldspieler spielen dass es dann einfach leute die gerade super gut drauf sind nicht die spielzeit bekommen weil es trotzdem noch irgendwie zehn andere gibt die einen ticken besser sind denn das machst du dir da gedanken oder ist es okay also ich muss ja wirklich sagen dafür sind wir auch in zu vielen wettbewerben noch vertreten aktuell es gibt so viel spielzeit so viel rotation patrice als richtig aus schon angesprochen gehabt muss ja hier aufpassen die können ja alle gar nicht alle spiele mit voll leistung und so weiter bringen problematisch sehe ich es tatsächlich eher es gibt ein paar schlüssel positionen wo ich sage ui ui wenn da jemand nicht da ist dann könnte schon ein bisschen problematisch wenn jetzt zum beispiel beide stürme ekiteke und man muss ausfallen glaube ich werden wir schwer haben matanovic guter mann aber ist einfach ein ganz anderes spielsystem die zwei haben einfach durch individuelle aktionen viele tore gemacht da ist man sind das wird schwierig in der abwehr ist gleich du merkst wie stabil jetzt auch ein tuta wenn nebendran koch und theater und christensen das funktioniert sehr gut wenn da jetzt wirklich mal welche ausfallen würden von denen haben wir auch wieder da ist sind wir natürlich nicht so gut und das waren wir die ganze zeit nicht und amanda klar der kann schon auch mitspielen der ist aber jemand der glaube ich würdest du schon merken dass du einfach das ist noch mal ein schritt hin zu glaube ich da könnte schwierig wenn sagen wir so hoffen wir einfach dass die alle fit bleiben ich will nichts nicht das heißt oh man dennis du idiot hast am 15 10 dem podcast das erzählt und jetzt haben wir hier rein bleibt der letzte auch so mit datum genau 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 also toi 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 dass die alle fit bleiben und ich glaube rené deshalb da müssen wir uns wirklich keine sorgen machen die kriegen alle ihre spielzeit und ich muss auch sagen dass jemand zum beispiel wie in der im defensiven mittelfeld oder generell im mittelfeld haben wir sowieso viel rotationsmöglichkeiten ein skiri kommt auch meiner meinung nach die ganze saison noch nicht so richtig rein ein larsson ist gut aber ist auch jemand der sicherlich auch nicht alle spiele auf dem niveau bringen kann einfach all das mäßig auf dem außen haben wir viel spielraum mit ebimbe der noch kommen kann du hast von dahoud angesprochen jemand der auf jeden fall spielzeitgötze der hat auch kaum spielzeit gehabt bis jetzt und auch die ganzen jungen wenn du dir noch mit rein nimmst mit baroya und so weiter ich glaube da ist viel möglich da zu rotieren und die die spielen brauchen auch immer mal eine pause weil ein chaibi haben wir auch gesehen das funktioniert schon gut ist aber einfach andere spielsysteme dann auch die du drauf haben musst um nicht zu durchschaubar zu sein ich denke da ist auch dino schlau genug zu gucken welche spieler brauche ich um mal mit speed über die seiten zu kommen welche spieler brauche ich um den ball mal im mittelfeld dann auch zu halten und das ist doch was wenn wir da variabilität drin haben und der kader gibt es tatsächlich her und das ist schön jetzt sind wir auf einer siegesstraße in anführungszeichen gewesen das heißt den jungen spielern wird es auch relativ leicht gemacht mal reingeworfen zu werden man müssen nicht kann nicht die ganze verantwortung auf den schultern müssen den karren aus dem dreck ziehen deshalb ich glaube tatsächlich die situation ist eher super wie sie momentan ist und auch für die jungen spieler die auch an der potenzial dann rankommen eine gute situation weil dann können sie eigentlich nicht ist nicht ich sag mal wir sind nicht alleine verantwortlich dann sondern da läuft es einfach dann vielleicht mit und das fällt glaube ich jedem leichter in gutes team zu starten ja was mir auch richtig gut gefällt ist dass ich das gefühl habe bei topmöller haben alle irgendwie eine faire chance beziehungsweise zumindest die meisten spieler also wir haben es jetzt an dina ibimbe finde ich sehr krass gesehen der war ja komplett außen vor der war teilweise nicht mal mit im kader drin stimmt und jetzt ist er hat er zum teil ist es ein starter zum teil wird er eingewechselt aber er kommt auf seine zeiten und ist auch ein wichtiger spieler hat sich ja glaube ich selbst geäußert dass es keine einfache zeit war und er das gefühl hatte er war so ein bisschen außen vor aber er hat sich zurückgekämpft und da muss man ja auch sagen der trainer hat ihm die faire chance gegeben sich zurückzukämpfen das ist jetzt nicht so dass man sagt hey du warst da jetzt mal außen vor und irgendwie passt mir was an dir nicht und ich lasse dich einfach nicht mehr spielen und das leider finde ich hat man in dem geschäft ja häufig das gefühl da ist mal einer hinten runter gefallen und er kommt jetzt der wird jetzt einfach nicht mehr beachtet der ist jetzt halt irgendwie der hat da keine chance mehr ranzukommen und das ist aktuell nicht der fall bei der eintritt ich habe das gefühl sowohl junge spieler haben die chance irgendwie da rein zu rotieren und auf ihre zeiten zu kommen ich finde dino versucht auch immer mal wieder die jungen spieler reinzuwerfen und ihnen zumindest ein paar minuten zu geben weil natürlich kannst du spielpraxis nur über einsätze sammeln plus auch die die älteren spieler also was heißt älter ebimbe dina ebimbe ist jetzt nicht alt aber ne der ist jetzt auch schon ein bisschen länger da es ist jetzt nicht das aller jüngste talent was wir im kader haben aber auch solche spieler die rotieren dann vielleicht mal raus weil sie irgendwie leistungstief haben aber die haben immer wieder die chance über leistung sich zurück in den kader zu spielen und das finde ich gut weil das kann auch so einen gesunden konkurrenzkampf ausmachen das ist nicht so ein konkurrenzkampf wo du weißt boah wenn ich da jetzt einmal raus rutsch wo du irgendwie auf angst spielst weil du sagst mist wenn ich einmal raus bin bin ich raus sondern das ist so ein konkurrenzkampf gut diese woche war der irgendwie scheinbar stärker im training und hat jetzt den vorzug bekommen aber ich zeige es denen und ich kämpfe mich zurück und dann habe ich wieder die faire chance und ich finde das ist ein ganz ganz wichtiges und gesundes klima also zumindest ist das jetzt von außen mein eindruck dass das aktuell so ist ja bimbe ist übrigens noch für einen monat 23 ja patricia sagt es ist nicht der jüngste talent ja ja aber nicht der jüngste bei uns im kader den wir aktuell haben ist ja irgendwie schon gestandener als so manch anderer spieler und das zeigt ja erstmal wie jung dieser kader ist das ist das ja okay das ist natürlich richtig wir haben durchschnittsalter von was waren es 21 komma irgendwas was halt einfach schon verdammt jung ist und das ist so das einzige wo ich so ein bisschen nicht richtig angst habe aber so ein bisschen leichte sorgen würde ich es vielleicht nennen was passiert wenn die erfahrenen spieler nicht fit sind oder gerade mit anderen dingen beschäftigt sind das haben wir ja so ein bisschen in der letzten saison gesehen das haben wir aber ja auch zum beispiel in dem pilsenspiel gesehen trapp war nicht dabei götze war nicht dabei koch war nicht dabei da fehlen dir natürlich auch gerade einfach spieler mit einer mit einer gewissen erfahrung das ist so ein bisschen das wo ich ja so kritisch noch drauf gucke deswegen bin ich gerade so sehr froh dass moder hut da anscheinend gerade seinen weg gefunden hat und ja nach allem was man so auch aus den aus den trainingsberichten der vergangenen tage hört da auch dieses ja dieses wort oder diese rolle eines führungsspielers auch so ein bisschen mehr versucht irgendwie auszufüllen da bin ich froh dass wir da einfach noch weitere erfahrene spiele im kader haben sonst würde mir das noch ein bisschen mehr sorgen tatsächlich machen aber ich glaube wobei wir bedenken müssen dass wir ja eine sehr sehr junge achse sogar schon haben also wenn du überlegst wer sind die leistungsträger ein ikitikä würde ich dazu zählen der ist der ist 21 ein larsson würde ich sogar mittlerweile auch dazu zählen der ist was ist der 20 20 ja wir haben einen tuta okay der ist glaube ich mittlerweile auch schon mitte 20 der aber schon so lange da ist dass du das gefühl hast der kennt diesen verein in und auswendig wir haben den jb der viel spielt und auch erst anfang 20 ist also ja wir haben schon eine sehr sehr junge achse und dazwischen da hast du recht haben wir halt so leute wie koch oder nenskiri oder auch in mamouch der ist ja mittlerweile zählt der schon zu den älteren obwohl der auch mitte 20 ist glaube ich ein theater christensen also ich glaube das kommt sehr viel über die abwehr tatsächlich die erfahrung und diese diese älteren spieler in anführungszeichen aber mir macht es gar nicht so doll sorge dieser altersdurchschnitt weil wir tatsächlich sehr viele sehr sehr junge spieler haben die aber schon länger da sind oder sehr schnell in eine sehr wichtige rolle gewachsen sind und wahrscheinlich werden die auch leistungsschwankungen haben aber die sind schon sehr sehr wichtige bausteine bei uns also deswegen macht mir das gar nicht so viel sorge also die sind sehr schnell in eine sehr wichtige rolle gewachsen ja gebe ich dir recht und trotzdem glaube ich dass es in so manchen spielen und da wäre für mich dieses pilzenspiel tatsächlich so ein bisschen das das beispiel dafür leistungsschwankungen haben sie am ende des tages irgendwie alle ja vielleicht sind die die ausschläge nicht mehr so gravierend ab einem gewissen ich will jetzt nicht immer alter sagen weil alter klingt irgendwie auch so falsch aber erfahrung in dem in dem geschäft hast du vielleicht bei menschen oder bei bei fußballspielern mit einer längeren oder größeren erfahrung sind diese leistungsschwankungen diese ausschläge nicht so groß wie bei einem bei einem relativ ja neuen spieler auf dem auf dem niveau und ich finde da hilft es halt einfach wenn du da leute mit dieser erfahrung hast die dann eben wenn sie feststellen ich habe da gerade irgendwie so wir sind gerade in so einem tief irgendwie als mannschaft drin die dann anhand von ihrer erfahrung halt auch lösungsmöglichkeiten haben dann zu sagen von wegen okay jetzt machen wir hier mal ruhe jetzt machen wir hier mal fuß auf den ball jetzt haben wir mal irgendwie einfach die nächsten zehn bälle einfach stumpf über die mittellinie um uns hier mal so ein bisschen ruhe zu verschaffen oder irgendwas und da hatte ich in der letzten saison echt sorge klar ihr habt jetzt teat angesprochen der glaube ich da auch sehr gut irgendwie irgendwo unterwegs ist christensen ist auch so ein so ein typ da haben wir jetzt einfach mehr ich mache mir halt trotzdem so ein bisschen gedanken weil wie dennis ist auch gesagt hat wir haben halt sehr viele wettbewerbe die werden nicht alle irgendwie durch spielen können da wird es auch rotation geben können dass wir da immer eine gute mischung zwischen jung und wild und mittel alt und erfahren ich will jetzt nicht immer alt sagen dann einfach da eine gute kombination irgendwie haben um dann nicht blöd irgendwie in so ein in so ein konter am ende des tages noch reinlaufen zu zu können zu werden und trotzdem wird es auch diese spiele geben wurde einfach blöd irgendwie in der 95 minuten ausgleich irgendwie kassierst und der am ende des tages denkst scheiße das hätten wir eigentlich irgendwie holen müssen ja aber das pilzen spiel würde ich da voll rausnehmen weil das natürlich mit der mit dem bock von santos da am ende und so weiter klar kann man jetzt sagen im drab wäre wahrscheinlich dieser jetzt mal kurz vom 33 nicht passiert aber trotzdem diese generelle gruppierung und das dann an einem spieler und ja er wird sicherlich so nett mehr man jetzt hat er die erfahrung gesammelt alles gut haben auch gesehen dass es in den nächsten spielen deutlich noch besser gemacht hat und im endeffekt da daraus gelernt hat diese erfahrung wenn die auch im verlauf dieser saison tatsächlich sammeln und man muss immer hoffen dass sowas natürlich passiert nicht dass du dadurch ein spiel verlierst oder ja ich sage jetzt mal noch einen unentschieden holst sondern dass wenn du im endeffekt drei tore vorne gemacht hast da darfst du auch mal das 3 1 durch einen dummen fehler fangen das sind natürlich situationen die werden sich über die ganze saison nicht abstellen lassen und den jungen spielern du willst ja dass sie sich entwickeln und damit sie sich entwickeln müssen sie auch fehler machen dürfen beim torwart ist halt immer dass dann meistens gleich ein tor ist bei den anderen spielern vorne mache ich mir da aber eigentlich auch wenig sorgen und das liegt aber eher nicht mal dran dass ich nicht denke dass die keine fehler machen sondern wir werden ja nicht komplett alles auf den kopf stellen jedes spiel auch ein dino topmüller hat sicherlich seine stammformation sein auch wenn trap jetzt wieder zurückkommt wird sicherlich ein feldkapitän ob das dann koch oder wer auch immer ja im endeffekt da ja auch ein bisschen mit ordnen kann jemand der auch besonders viel spielzeit dann hat der auch die erfahrung mitbringt ich mache mir da keine gedanken dass das hier jetzt ein vogel wildes ding wird und trotzdem müssen wir einfach ganz klar sagen wenn du den spielern natürlich keine wenn willst dass keiner fehler macht auch ein alter macht fehler beim jung ist ja so der ist so fit und kann noch hinterher rennen und klärt das ding noch das ist ja auch geil das siehst ja auch manchmal wenn dann ein ball verloren ging und wie will die manchmal dann unterwegs sind wo du sagst mensch älterer erfahrener spieler hat abgewunken und wer nachgetrabt und so ein junger wilder der rennt hinterher grätscht ab und dann hast du das publikum noch mehr dabei und die leute wollen das ja sehen ich glaube das hat alles seine vor und nachteil der junge kader wie er momentan ist mit einigen erfahrenen spielern auch mit drin ist glaube ich eine gute mischung das einzige wo wir ein bisschen aufpassen müssen ist einfach und da hast du auch vorhin glaube ich rené du warst glaube ich der was angesprochen hat du hast natürlich wieder begehrlichkeiten wir kommen jetzt bald zum nächsten transferfenster schon wieder in anführungszeichen das ist da wird wieder unruhe auch von außen gestiftet und da müssen wir eher aufpassen dass das nicht wieder in den köpfen dass man muss dass wir sagen mensch man muss trifft nicht mehr weil da hat irgendein klub angefragt und hat hier mit den millionen rum gewedelt das müssen wir einfach gucken dass das erstens frühzeitig so sachen dann entschieden sind weg und aus den köpfen raus weil das glaube ich das ist die größte gefahr dass wenn die mannschaft so performt wie sie momentan performt begehrlichkeiten außen weckt und auch natürlich von außen sehr gerne durch auch falsch meldungen oder sachen einfach torpediert wird um einfach den spielfluss rauszunehmen und da hoffe ich dass wir da einfach ein bisschen abgeklärter sind mittlerweile ich glaube das kannst du das kannst du nicht verhindern du kannst da mit berater und spieler absprachen irgendwie treffen und hast du nicht gesehen und wenn dann im ich fantasiere jetzt einfach in der winterpause da irgendwie weiß ich nicht real madrid oder oder liverpool oder irgendwas kommt und sagt aber ich mir vollkommen egal welche absprachen ihr intern habt ich lege da jetzt irgendwie weiß ich nicht 85 millionen für ein mammouch auf den tisch was willst du dann da machen also der spieler wird es erfahren der berater wird es erfahren da kannst du noch so viel sagen aber wir haben doch hier eine vereinbarung wenn da ein großer verein mit irgendwie perspektive kommt es sind sämtliche absprachen hinfällig aber das muss ja allen beteiligten auch klar sein ich fand in der letzten saison oder in der vorletzten ich weiß gar nicht in einer von diesen umbruch saison wie wir sie ja immer so schön genannt haben in diesem podcast seit 40 jahren gefühlt haben wir jedes jahr eine umbruch saison also ich weiß gar nicht was du willst gefühlt gefühlt hast du auf jeden fall recht nee da sind immer sachen dabei gewesen wo wir immer spieler dabei hatten beim einen lief super gut da hat er noch gut performt wurde früh kommuniziert jawohl ich wechsel ich mache es und bei mannen anderen war es ja gut ich will jetzt keine alten wunden aufreißen keine namen genau keine namen aber da waren ja wirklich sachen dabei wo wir gesagt haben mensch da hättest du auch gleich wechseln können weil das was du die letzten spiele hier noch gebracht hast da war es schon nicht mehr auf dem platz drauf ich glaube das ist eine kommunikationsgeschichte auch es ist ein bisschen wie gehst du mit der sache um und ich hoffe einfach klar das kannst du überhaupt nicht wie du sagst kannst nie verhindern es ist aber was was glaube ich auch wenn die mannschaft schon so ein bisschen erfahrung damit gemacht hat die eintracht hat nun mal mittlerweile auch erfahrung damit gemacht dass sie begehrlichkeiten weg auch mit großen verhandelt ich glaube dass das dann auch wieder besser weg moderiert werden kann als das jetzt wenn sowas ganz neu ist weil es auch ein entwicklungsschritt und ich glaube dass die eintracht mittlerweile auch in der liga ist dass die auch da mal eher nein oder besseres wort mitreden können auch bei den spielern eine perspektive zeigen können es macht schon spaß und mir ist es eher dass ich glaube nicht dass die spieler von sich aus da vom leistungsniveau nachgeben oder dass wir am ende riesen einbruch haben einfach so sondern wahrscheinlich sind es so dinge die einfach dann menschlich sind dass der kopf einfach irgendwo anders ist und das musste so gut wie möglich auffangen was ja auch vollkommen normal ist wenn da irgendwelche was nicht großen liegen großen vereine vielleicht auch große trainer muss ja nicht mal unbedingt irgendwie ein großer verein sein aber wenn da was weiß ich gerade der trainer dabei ist wo du quasi unter dem du schon immer mal als spieler agieren wolltest dann klar kannst du das einfach nicht verhindern dass dann da auch der der spieler da dann irgendwie drüber nachdenkt am ende des tages sind es halt alle auch irgendwie menschen und was ich einfach nur auch mal betonen wollte an der stelle weil ich diese diskussion auch an an verschiedenen anderen stellen die letzte woche gehört habe in bezug auf auf transfer hier vertragsverlängerung wo wir ja auch lasern und santos dabei hatten die jetzt ja vorzeitig den vertrag verlängert haben und am ende des tages bedeutet es wahrscheinlich außer dass jetzt irgendwie die die aktuellen konditionen für den spieler angepasst worden sind überhaupt nichts deswegen bleiben die keine fünf jahre bei der eintracht nur weil sie jetzt einen vertrag für die nächsten fünf jahre haben sondern das bedeutet nur das gehalt in den nächsten jahren solange sie hier sind angepasst worden das ist halt irgendwie am ende des tages alles und wir müssen uns glaube ich alle daran gewöhnen dass die eintracht jetzt und das haben wir auch immer gesagt dass das der bereich ist wo die eintracht eigentlich auch hin sollte und auch hin muss dass wir spieler holen bei denen wir ein gewisses potenzial sehen denen wir eine möglichkeit geben anhand der wettbewerbe in denen sie spielen können in dem umfeld in dem sie spielen können sich zu entwickeln und dann werden die auch über kurz oder lang zu anderen vereinen ziehen und die werden der eintracht dann ein berg voll geld hinterlassen und da gibt es wechsel die werden irgendwie gut ablaufen und da wird es wechsel geben die werden scheiße ablaufen muss man auf deutsch zu sagen so und da müssen wir uns glaube ich einfach dran dran gewöhnen dass wir da ich glaube das war in der hatte ich das denn gehört ich glaube das war in der diskussion oder in einer einer reaction wie man ja heutzutage neudeutsch sagt von von karl schupperlin auf diese auf diese klop thematik wo auch noch mal ganz klar so dieses statement drin war von wegen bindet euch nicht zu sehr an einzelne persönlichkeiten weil die werden früher oder später halt doch irgendwie wechseln oder sich verändern ich glaube das müssen wir uns einfach nur bewusst sein hast du auf jeden fall recht und man muss klar sein auch jedem eintracht fan wenn du so performst wie momentan weckt das begehrlichkeiten und das ist ja eigentlich das ist der tod denn wir sterben müssen hierbei wenn wir so schöne ja gerade auch individuell wir haben vorhin darüber gesprochen man muss der natürlich eine mega runde bis jetzt spielt dass der bei da muss ja jeder externe scout blind sein denn ich sagt mensch das scheint ja in das scheint ja ein interessanter kerl zu sein der knallt hier die buden rein und macht hier selbst gegen die bayern dann zwei buden das ist natürlich schon was das ist einfach so das ist aber dann auch das gönne ich ihm das ist super und am ende profitieren wir auch im endeffekt dann wieder mit einer schmerzensgeldzahlung so muss man es ja das ist am ende des tages halt auch der kompromiss der nur eingehst du kannst halt entweder spieler haben die sich super mit also ich will jetzt nicht sagen dass die anderen spieler sich nicht mit dem verein identifizieren aber die quasi sagen so ey das ist genau das wo sich hin will und so weiter und so fort und die irgendwie ihren kompletten ihre komplette fußballzeit irgendwie hier bleiben dann sind sie aber vielleicht auch nicht auf diesem top niveau was man dann vielleicht haben will oder du hast halt spieler auf diesem top niveau und dann werden die nach einer saison oder vielleicht auch schon nach einer halben oder nach anderthalb bei anderen vereinen auf dem auf dem zettel sein und ich glaube da müssen wir uns auch nichts vormachen es wird immer vereine geben leider die andere finanzielle mittel haben und am ende des tages weiter oben an den baum pinkeln können das ist halt einfach so schön gesagt ja ja ich bin aber wirklich gespannt eine sache wollte ich mal mit euch besprechen ähm mit äh noch mit äh kawas santos ähm ja ist aber ja schon ein statement dass du mit ihm weiter arbeiten willst so auf dieser äh position es ging ja so ein bisschen drum am anfang hieß es ja ob das so der der ideale also er scheint sich äh dort äh entsprechend gut verkauft gut eingebracht zu haben um ein statement dafür zu bringen weil ich glaube er war nicht äh unbedingt als äh ich sag mal trapp wird ja auch nicht jünger müssen mal gucken wie es da aussieht was planen sie mit ihm er soll auf jeden fall eine achse bieten äh die jetzt hier über ein paar jahre länge zumindest äh wie man es anschaut du sagst es ist vielleicht nur ein dankeschön mit gehalt äh äh etwas höher ne das habe ich nicht gesagt ich glaube nicht dass es ein dankeschön mit gehalt ist es ist schon die botschaft nach äh wir wollen mit dir auch langfristig hier irgendwie agieren das ist richtig also das ist schon die botschaft die da irgendwie drin steckt aber das heißt halt dann auch nicht nur weil man jetzt ein fünfjahresvertrag hat dass der bis zum ende irgendwie erfüllt werden wird das wollte ich ja 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 also es ist schon irgendwie wir einigen uns jetzt drauf hier irgendwie eine eine einen langfristigen plan zu verfolgen so ein plan kann aber ja auch irgendwie sich verändern im laufe der zeit das auf jeden fall aber wie seht ihr es denn denkt ihr dass kava santos eine reelle chance hätte äh ein nachfolger für trapp zu sein ich lasse jetzt mal patricia antworten die hat nämlich schon länger nichts mehr gesagt ja also ich finde ihn richtig krass ehrlich gesagt also für dafür dass der einfach ins kalte wasser geworfen wurde enorm jung ist der kam glaube ich direkt aus brasilien in die bundesliga jetzt halt also nicht direkt in die bundesliga ne der hat ja auch in den u-mannschaften gespielt aber ähm ne der kam dann hierher und dann hieß es ja trapp fällt aus und du spielst jetzt und dafür hat das enorm krass gemacht also bis auf jetzt ne die patzer die dann da passiert sind das nehme ich ihm auch gar nicht übel ich meine das passiert das wichtige ist wie er da danach reagiert hat und wie er sich da rausgezogen hat der hat es ja sich scheinbar nicht zu kopf steigen lassen und sagen lassen ach mist jetzt bin ich irgendwie unsicher und jetzt überdenke ich alles zehnmal was ich hier mache ne der hat einfach komplette performance hingelegt über mehrere spiele und das fand ich schon krass deswegen ich glaube der der kann schon echt gut werden ähm und ich kann mir das sehr sehr gut vorstellen dass der auch der trapp nachfolger werden wird wenn man es schafft ihn zu halten ich weiß halt nicht wie lange das dauert und ähm was das jetzt bedeutet also wird das jetzt weiterhin also aktuell ist es ja wohl so angedacht dass trapp alle spiele spielt also pokal international und bundesliga wird das über jetzt keine ahnung drei vier jahre noch so gehen dann bin ich mir nicht sicher ob man ja okay santos halten kann auf so eine lange strecke weil ich denke jetzt waren alle augen auf ihn gerichtet und sehr sehr viele vereine werden gesehen haben äh was der drauf hat und viele vereine suchen vielleicht auch ähm ja einen stammtorhüter vielleicht ist das jetzt nicht der der krasseste verein ever aber es sind bestimmt ordentliche erstliga vereine in unterschiedlichen ligen dabei die da schon interesse hätten an einem jungen torhüter ähm und vielleicht auch kurzfristiger dann und es kommt halt jetzt so ein bisschen drauf an glaube ich wie ja wie dieser langfristige plan aussieht bei uns und wie lang das dauern wird weil ich glaube er wird jetzt auch nicht natürlich ist er noch sehr jung aber wird jetzt auch nicht vier fünf sechs jahre hier verbringen und sitzen und auf seine chance warten weil ich glaube dafür werden dann zu viele angebote auch einfach reinflattern und im endeffekt will jeder spielen und das ist ja auch verständlich von daher bin ich mal gespannt ob man vielleicht doch irgendwann nächste saison vielleicht ähm eine lösung findet dass man das aufteilt das machen ja viele vereine dass du irgendwie einen pokal torhüter hast und einen bundesliga torhüter dass man ihn da so ein bisschen ran führt dass man ihm auch zeigt hey du bekommst spielzeiten und wenn kevin trapp irgendwann verdient in rente geht bist du da und bist unsere nummer eins ähm keine ahnung also ich kann mir das noch nicht aktuell noch nicht vorstellen ich weiß auch nicht wie man da jetzt am besten weiter verfährt was ich sagen kann ist ich kann mir sehr sehr gut vorstellen dass der trapp beerbt ich bin nur gespannt wie man da jetzt weiter verfährt ja sehr gut um da auch noch meinen senf mit dazu zu geben ich bin da ziemlich ähnlich unterwegs wie ihr ich glaube auch dass ähm er ein guter nachfolger sein kann und ich kann mir auch sehr gut vorstellen dass das tatsächlich der plan der eintracht ist weil man ihn ja auch im vorfeld dieser saison ganz klar als nummer zwei irgendwie da platziert hat und immer gesagt hat so das ist der wir sehen da viel potenzial wir wollen ihn heranführen dann kam er wahrscheinlich jetzt einfach auch deutlich schneller als erwartet ähm in diese in diese situation sich beweisen zu müssen ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen ich muss aufpassen ich sage sehr oft tatsächlich ähm ich könnte mir auch vorstellen dass diese vertragsverlängerung jetzt auch daraus resultiert weil man ihn ich will jetzt nicht sagen overhyped hat aber weil man sehr klar gesagt hat wie viel potenzial man da in ihm sieht und da ist ja auch topmüller schon äh bevor er zu den einsätzen kam dazu gefragt worden wie das jetzt ist mit der irgendwie nummer zwei hinter kevin trapp und so weiter ähm dass man sich da selbst so ein bisschen vielleicht ein kleines ei ins nest gelegt hat dass man diese vertragsverlängerung oder vertragsanpassung da angehen musste weil man da ein bisschen sehr offensiv mit wohlwollenden worten in richtung santos schon im vorfeld unterwegs war wo ich nicht ganz mit euch oder mit dir patricia einer meinung bin ist dieses thema ähm dass es auch andere bundesligisten gibt die einen jungen torwart hinstellen würden ich glaube ich unbedingt bundesligisten ich meinte äh erstligisten in diversen liegen also es muss jetzt nicht unbedingt bundesliga sein dann hatte ich in der bundesliga ich glaube torhüter ist immer noch so eine position wo man tendenziell eher zu den etwas älteren erfahreneren spielern geht weil du hast halt keine keine direkten mitspieler die dich da irgendwie retten können du bist halt da sehr alleine auf deiner position was ja irgendwie so im sinne des spieles auch irgendwie ist da brauchst du dann schon die nötige erfahrung und ich habe jetzt in der bundesliga wenig vereine in erinnerung die in der vergangenheit mal diesen schritt gemacht haben oder älterer oder jüngerer vergangenheit diesen schritt gemacht haben dann wirklich zu sagen von wegen ja wir stellen da einen jungen torhüter hin und wir vertrauen dem und wir ziehen das halt auch mit allen konsequenzen eine saison oder zwei irgendwie durch da fällt mir tatsächlich irgendwie noch freiburg ein und ansonsten war da relativ wenig vielleicht vertue ich mich da auch dann mögen die hörerinnen und hörer das bitte gerne in den in den kommentaren irgendwie ergänzen aber das könnte natürlich dann der vorteil für uns sein dass vielleicht das auch in anderen liegen das kann ich jetzt nicht so richtig beurteilen weil ich nicht unbedingt andere liegen so detailliert für folge wie die bundesliga dass da das auch so ein bisschen ein thema ist und dass uns das so ein bisschen zeit geben würde ansonsten könnte ich mir schon vorstellen wenn man da keinen konkreten plan hat ihm diese spielzeit zu geben und am ende des tages kannst du als torwart nur besser werden wenn du spielst und man ihn nicht verleihen will dann könnte es schon dazu kommen dass die eintracht da den kürzeren zieht weil ich glaube schon dass da ein gewisser anspruch auch bei ihm auch jetzt nach dem nach der erfolgreichen nach den erfolgreichen spielen und nach dem zuspruch den er da bekommen hat dann gewisse ja gewisse selbstvertrauen und ein gewisser anspruch auch von seiten eines santos da vorhanden ist bin ich bin ich auf jeden fall auch bei dir rené denke ich auch dass er da ambitionen hat ich finde es aber auch völlig legitim gerade im in den ko phase spielen wie dfb pokal oder sowas auch ein santos spielzeit zu geben einfach auch weil er gezeigt hat dass er auf der linie unglaublich stark ist mit seinen fast zwei metern auch im bei elf meter bei elf metern sicherlich eine schwer überwindbare person ist ich denke schon dass er da auch berechtigungen und ansprüche stellen kann das ist ja nicht dass du hier eine gefährlichkeits situation bringen musst sondern du musst einfach schauen wo könnte ich mir das vorstellen und das könnte ich mir tatsächlich hier in den bereichen dass da auch ein trapp nicht böse ist wenn im endeffekt er da einiges an spielzeit bekommt ich denke dafür hat trapp genug ja ich sag mal selbstbewusstsein und selbstverständnis dass das für ihn keine kränkung wäre dass er sagt dann macht euch hier bei trapp mache ich da mache ich mir da überhaupt keine sorgen ich meine es gab ja wohl so wie man das jetzt so wie ich das verstanden habe vor dem bayern spiel diese diskussion weil man ja schon auch irgendwie gedacht hätte trapp könnte wieder spielen und er dann aber einfach gesagt hat so lange abschläge und so weiter da zieht noch so ein bisschen im bein da bin ich nicht so 100 prozent auf auf dem niveau lass den den kauer da nochmal spielen weil der hat das hat das ordentlich gemacht also ich glaube trapp ist derjenige der am ehesten da irgendwie sagen würde so gibt dem zeit also dass der da als ein super mentor irgendwie unterwegs ist und trotzdem auch aus so einer vereinssicht musst du natürlich immer sagen gerade wenn du in diesen pokal wettbewerben und gerade wenn es in die ko runden geht du diesen gamble in anführungszeichen machst da einen jungen torhüter einzusetzen ist es halt dann immer der der kompromiss den du eingehst wenn es halt deswegen nicht funktioniert dann bist du aus dem pokal raus und dann fehlt dir irgendwie geld also muss immer diese abwägung treffen will ich da dann einem einem jungen spieler spielzeit geben und gehe ich ein gewisses risiko ein oder setze ich auf die erfahrung und maximiere damit meine möglichkeiten in die nächste runde zu kommen um für den verein hier tatsächlich auch geld irgendwie mitzunehmen das ist eine abwägung klar aber irgendwie also irgendwann musst du halt den step gehen irgendwann wird der punkt kommen wo du sagst hey jetzt ist der übergang von trapp zu santos und du kannst dir überlegen machst du den aus dem kalten so wie es jetzt auch war also du wirfst ihn dann einfach rein wenn seine zeit gekommen ist und wenn trapp sagt hey ich bin also ich gehe jetzt in rente ich will ihn jetzt auch gar nicht in die rente quatschen das klingt so als würde das jetzt nächstes jahr passieren keine ahnung war es schon 34 patrizia schickt schickt rapp in die rente keine ahnung vielleicht macht er auch noch sieben jahre so so alt ist er jetzt auch nicht aber auf den spuren vorhüter können alt spielen ja das ist richtig deswegen also da kannst du halt überlegen ich meine der spieler wird ja nicht mit dem alter besser sondern er wird mit erfahrung besser und die erfahrung bekommt er halt nicht wenn er da irgendwie nur mit denen trainiert und auf der bank sitzt das das ist jetzt halt das also ich verstehe ich bin da auch so unentschlossen und frage mich boah ist das natürlich ist das ein gamble da immer hin und her zu wechseln und dann hast du nicht den festen torwart und dann teilen die sich die wettbewerbe auf aber wie gesagt es gibt vereine vor allem es gibt ja auch top vereine ich glaube real madrid hat es zum beispiel sehr sehr lange gemacht dass sie da torhüter einfach nach wettbewerben aufgestellt haben das sind halt überlegungen keine ahnung was jetzt für uns das beste ist aber ich glaube es kann ja nicht schaden wenn wenn santos da so rangeführt wird und ja auch spielzeit bekommt und dann muss man halt schauen wann das möglich ist natürlich wird kevin trapp auch irgendwann mal krank sein oder wir hoffen es nicht aber die letzten jahre haben es gezeigt hat immer mal wieder irgendwie verletzungen oder irgendwelche wehwehchen der rücken hat ja schon relativ häufig probleme gemacht irgendwie sowas und wenn er dann merkt hey es zieht dass er dann auch nicht mit irgendwie 70 prozent spielen muss sondern dass man sagt hey kurier das halt ein zwei wochen aus damit du auch fit spielst und dann haben wir santos also das ist jetzt halt so ein bisschen die frage wie kommt er auf die spielzeit und kommt er überhaupt auf die spielzeit oder wird er dann irgendwann in drei vier jahren einfach reingeworfen und dann heißt jetzt ist deine zeit gekommen du bist jetzt die nummer eins keine ahnung sind halt so überlegungen ist natürlich schwierig ich glaube in england machen sie das auch sehr oft mit torhüter oder generell spieler nach wettbewerb einsetzen aber die spielen da ja auch irgendwie 15 pokale während der saison aus also da hast du halt auch die möglichkeit dafür gut ja jetzt haben wir viel über trapp gesprochen dann können wir auch schon über das kommende spiel sprechen weil trapp ist wieder fit ist wieder vollständig im im training mit dabei wenn man schon gerade bei wieder im training mit dabei ist robin koch war heute auch wieder im mannschaftstraining hat zumindest wenn ich das so richtig aus den berichten gelesen habe eine halbe trainingseinheit mitgemacht und ist danach dann im sinne von belastungssteuerung und so wieder zurück ins ins reha center gegangen aber war zumindest wieder im im training mit dabei bei hoja und collins sind auch wieder zurück von ihren nationalmannschaften und die anderen spieler werden jetzt im laufe der der nächsten tage eintreffen ich mamosch ich glaube skiri und christensen haben heute noch gespielt die anderen waren glaube ich gestern dran ich weiß es nicht mehr gestern heute also irgendwann an den zwei tagen fahren jetzt noch irgendwie spiele und dann sollten die den nächsten tage wieder aufschlagen also ziemlich voller kader wie wäre denn euer oder bevor wir auf die einstellung gucken wie ist denn so euer ausblick auf auf leverkusen nachdem wir die bayern und gladbach jetzt schon weg hatten ist das jetzt so der nächste und dortmund ist das jetzt so der der nächste brocken der da ist mit welcher ja mit welcher vorfreude erwartungshaltung geht ihr in dieses spiel gegen leverkusen am samstag was ja auch auswärts ist wenn ich mich nicht vertue das ist aus patricia ich erwarte auswärts in leverkusen in aller erster linie gar nichts das ist leider so ja klar das ist immer noch ein top team und die also nicht nur dass wir jetzt die letzten ich glaube zehn jahre kein sieg mehr auswärts in leverkusen holen konnten nicht nur das weil ne teams ändern sich die voraussetzungen ändern sich nee es ist auch weiterhin ein starkes team deswegen das wird nicht einfach und ja ich ich sehe das so ein bisschen als bonus also ich bin nicht also ich versuche zumindest nicht enttäuscht zu sein wenn es nicht klappt ich würde mich freuen wenn wir nicht abgeschossen werden das ist glaube ich so mein einziger wunsch dass es nicht wieder irgendwie weiß ich nicht eins oder so wird sechs eins ja dass man sich einfach gut präsentiert und so gut wie ja so gut wie möglich mithält und wenn dann irgendwie punkte drin sind ist es natürlich umso schöner wenn es aber jetzt mal das zweite spiel ist neben dortmund was dann eben verloren geht fände ich das auch nicht so dramatisch weil das nicht der gegner ist mit dem man sich glaube ich aktuell misst auch wenn man in der tabelle natürlich mal schauen muss wo die eintracht steht aber ich glaube das ist realistisch gesehen nicht der gegner den du schlagen musst von daher du hast gegen die bayern jetzt zu hause einen punkt erkämpft das war geil vielleicht klappt es jetzt auch ausnahmsweise mal auswärts in leverkusen wenn es ein punkt ist vielleicht klappt auch ein sieg florian würzfeld eventuell aus habe ich gelesen der ist ja wie verletzt zurückgekehrt von der nationalmannschaft das wäre natürlich gut aus eintracht sicht wenn der sich wenn der da ein bisschen länger braucht und dieses wochenende einfach mal aussetzt ansonsten ich ja ich vertraue trotzdem auf die stärken der eintracht und kann mir vorstellen dass man da ein gutes spiel abliefern kann und anbieten kann aber mit viel hoffnung gehe ich da aufgrund der dinge die ich eben ausgeführt habe jetzt auch nicht ein auch nicht rein also es ist ich glaube ich gehe da relativ entspannt rein wenn man es holt ist schön und wenn nicht dann ist es wie erwartet hat es halt nicht geklappt quizfrage wann hat ihr eintracht das letzte mal in leverkusen in einem in einem ligaspiel einen punkt geholt oder generell punkte geholt ich will nicht mogeln weil ich weiß dass ich habe es heute für einen post recherchiert dann geht die frage nur an denn das dann kannst du nur verlieren denn das okay lass mir überlegen wobei die antwort die ich glaube der die antwort war bei patricia mehr oder weniger drin als ich es gerade eben gesagt mal gucken wie gut du zugehört hast okay war das tatsächlich mit drin ich hätte gesagt so was um die 2010 oder sowas bis zu weit weg 2014 14 okay zehn jahre am 20 12 2014 ein eins zu eins schon bitter auch jedes mal wenn ich auswärts dahin gefahren bin war immer traurig also es war definitiv nicht 2014 nur auf den sack gekriegt 3 0 verloren 3 0 verloren 4 1 verloren 6 1 verloren 4 0 verloren 3 1 verloren 2 0 verloren also hast immer die hucke voll gekriegt der letzte sieg war übrigens dann 2013 auch im dezember das waren 1 0 in leverkusen also seit 2013 kein sieg seit 2014 keine punkte keine punkte das ist eine ist eine strecke ist eine durststrecke aber ich sag mal so jede serie muss auch irgendwann mal reißen ja jetzt nicht also die voraussetzungen stimmen aktuell finde ich jetzt persönlich sie waren sie waren eigentlich nie besser das schon es ist schon es ist fast schade dass die leverkusen ja auch diese länderspielpause klarkommen jetzt vielleicht auch mit wirzen verletzten der zurückkommt aber ich fand die sind auch so nicht so in den flow gekommen hinten das letzte war ja glaube ich gegen kiel da noch dieses unentschied nach 2 0 führung also es ist definitiv mit den vielen mit der dauerbelastung für die ist auch nicht unbedingt so schmerzfrei an denen vorbeigelaufen also waren einige spiele dabei wo du gedacht hast diese schwächen hast du zumindest aus kannte man gar nicht aus der vorsaison ich glaube auch da ist es jetzt so ein bisschen der der wie sagt man so schön der der fluch der guten tat oder der fluch der guten leistung das einfach aufgrund dessen wie auch ja die letzte sauber leverkusen abgelaufen ist einfach diese erwartungshaltung die da irgendwie vorherrscht ins unermessliche gestiegen ist und ich glaube du kannst ab einem gewissen punkt kannst du noch so sehr versuchen irgendwie hier beschwichtigen zu agieren du kriegst es halt irgendwann nicht hin es ist in den köpfen von den spielern drin es ist in den köpfen der fans drin es ist im umfeld irgendwie drin das kriegst du halt einfach nicht nicht weg ja du kannst halt auch nicht für immer 90 plus irgendwas den siegtreffer machen außer gegen wolfsburg da haben sie es ja vor ein paar wochen sagen ja genau aber auch da wenn wir überlegen die haben drei tore von wolfsburg gefressen auch wenn wolfsburg diese saison jetzt auch nicht so komplett schlecht unterwegs ist aber da ist schon einiges los also es stand ganz lange drei drei die hätten fast unentschieden gegen wolfsburg gespielt die haben gegen die bayern unentschieden gespielt ist nicht das leichteste los die bayern aber trotzdem wir haben auch unentschieden gegen die bayern gespielt die haben du hast gerade gesagt rené gegen kiel unentschieden gespielt also da ist schon was drin also die sind jetzt auch nicht dass die hier irgendwie siegesserie gestartet hätten oder so das hat aber dennis gesagt ich konnte mich zwar nachdem er es gesagt hat wieder daran erinnern aber es wäre mir spontan erst mal nicht eingefallen aber und das was mir ja hoffnung macht ist dass wir eigentlich uns um die offensive die letzten spiele kam bei uns keine sorgen machen mussten das heißt wir haben wir glaube ich immer da ich sag mal drei oder sogar vier tore gemacht und auch gegen stärkere gegner immer noch zwei tore ich weiß gar nicht außer gegen dortmund haben wir glaube ich immer mindestens doppelt getroffen oder also da merkst du schon da ist sehr sehr viel potenzial da du merkst dass die individuelle stärke da ist und ich glaube auch dass wir gegen leverkusen hier einige tore von uns auch sehen werden die frage ist eben wie gut sind ist leverkusen drauf boniface ist immer vorne auch unglaublich gefährlich selbst wenn boniface da nicht spielt und schick hoffmann und was weiß ich was da noch alles rum läuft und am ende packt schacker dann noch irgendeinen quatsch aus also das oder andrich haben wir ja auch gesehen dass der tore machen kann das ist schon es ist überall gefährlich und das ist denke ich dass es ist nächster entwicklungsschritt für uns als eintracht frankfurt auch gegen solche gegner hier zu zeigen erstens wir gehen nicht unter patricia da habe ich aber eigentlich eher weniger angst dass wir da untergehen ich glaube dass wir selbst dafür auch gefährlich genug sind dass wir hoffentlich genug tore auch vorne machen es ist am ende eigentlich spannend und ich glaube ist ein tolles spiel für auch dritte die eigentlich mit der mannschaft nichts zu tun haben die sagen mensch das gucke ich mir gerne an weil das sehr viel potenzial für viele tore bietet beide wollen das richtig beide wollen richtig vollgas geben beide wollen gewinnen wollen sich oben befestigen und alle haben mega potenzial in ihren mannschaften um hier am ende wieder ja ergebnisse um die drei drei oder sowas hinzubekommen wäre natürlich schön wenn am ende was zählbares für uns auch übrig bleibt ja also leverkusen hat bislang in der bundesliga 16 tore geschossen hat aber halt auch schon zwölf kassiert also das ist so auf beiden seiten ähm das wo man sagen kann da ist irgendwie für für viel tore äh was drin äh die eintracht hat auch schon 14 tore geschossen mehr tore als beide mannschaften haben nur oder naja stuttgart hat mehr tore als wir geschossen aber weniger als leverkusen gut die bayern haben halt mit 20 toren bislang in der liga äh schon den sind es ja ganz vorne mit dran also klar ist als wir hatten aber auch so einen krassen sieg irgendwann ne irgendeinen relativ hohen kann das sein zwischendrin hoch drin ja stimmt schon ja also klar für den bremer hat die bremer glaube ich gewonnen ja es ist auf jeden fall ein spiel wo irgendwie viel offensiv action unterwegs ist was definitiv ein spiel ist mit mit irgendwie vielen toren und ja dennis du war das recht bis auf das dortmund spiel wo wir kein einziges tor geschossen haben haben wir in jedem anderen spiel mindestens zwei gemacht ja das lässt schon hoffen das lässt hoffen und die nur als kleiner sorry bayern hat 6 1 auch noch gegen kiel gewonnen also die haben fünf und sechs tore gegen bremen und kiel alleine geschossen das ist auch schon aber muss man erst mal machen aber sorry ich wollte nicht unterbrechen ich weiß es gar nicht mehr nee es war auch alles so wichtig ja sorry also es wird auf jeden fall ein spannendes spannendes spiel die frage die ich mir jetzt gestellt habe ist wie viel saft haben denn tatsächlich unsere nationalspieler im tank weil es ist ja jetzt nicht nur das spiel gegen leverkusen was jetzt kommt sondern wir starten ja jetzt dann auch wieder in so einen in so einen block von von englischen wochen rein also jetzt am samstag dann gegen gegen leverkusen dann am donnerstag drauf kommt ja das europa league spiel gegen rieger dann haben riegers dann haben wir an dem sonntag das spiel in berlin gegen union dann kommt dfb pokal unter der woche dann kommt samstag drauf zu hause gegen bochum dann kommt slavia prag also und so weiter und so fort also da kommt hier einiges zusammen und gerade unsere nationalspieler und gerade weil wir auch über den sturm gesprochen haben in mamush spielt ja glaube ich auch tendenziell in der in der nationalmannschaft auch immer relativ viel also wie viel wie viel energie haben da glaube ich haben eurer meinung nach unsere nationalspieler da gerade im im tank und was bedeutet das für unsere aufstellung patricia ich sag mal so ich bin schon vom zuhören erschöpft also das ist schon sau viel aktuell ja selbst ich denke mir boah boah ich weiß auch nicht ob das jetzt sein muss drei vier fünf englische wochen am stück gefühlt also wenn man jetzt noch die länderspiele mit rein nimmt das sind ja irgendwie dann auch englische wochen für die betroffenen spieler aber ich also ich glaube aktuell geht es noch die saison ist jetzt noch nicht so alt aber so langsam wenn man das dann so durchzieht also sagen wir mal jetzt das programm was du aufgezählt hast wenn du die wochen hinter dir hast da pustest du auch erst mal durch also das ist glaube ich echt schon anstrengend wobei das ja viele mögen habe ich mal gehört dass sie echt so dieses spiel an spiel und dafür weniger training und mehr regeneration und einfach in diesem flow bleiben ich habe auch schon gehört dass es manche sogar gerne haben ist natürlich nichtsdestotrotz eine krasse anstrengung so körperlich auch ja ich glaube gegen leverkusen ich weiß nicht ob da jetzt allzu viel rotiert wird ich glaube man will schon die chance nutzen dass man sich von denen auch so ein bisschen absetzen kann also wenn man da jetzt wirklich irgendwie was holt dann hat man ja also stell dir mal vor einfach rein hypothetisch man gewinnt das nach elf jahren mal wieder in leverkusen dann hast du ja echt wir haben jetzt 13 punkte leverkusen 11 wir haben dann 16 punkt du hast fünf punkte abstand schon auf leverkusen das ist schon also kann man sich schon auch mal freuen dann deswegen ich glaube nicht dass allzu viel rotiert wird topmöller hat aber ja auch schon gesagt auch ein mamouche wird irgendwann eine pause bekommen das war jetzt natürlich bisher noch nicht der fall aber ich glaube wir müssen schon damit rechnen dass das irgendwann auch mal passieren wird dass man sich das spiel rauspickt wo man sagt hey da bekommt der jetzt auch mal die pause und wird vielleicht nur eingewechselt oder spielt auch mal gar nicht und da müssen wir dann auch mit zurechtkommen dann muss halt ein ikitike liefern oder dann muss halt ein ikitike matanovic duo funktionieren also dass wir früher oder später an den punkt kommen werden wo man muss dann einfach auch mal spiel aussetzen muss das ist glaube ich vollkommen unbenommen die frage ist halt eher wie früh und gegen welche gegner machst du das machst du das jetzt gegen einen gegner wo du zwar gerade super im flow bist und hoffst endlich irgendwie die serie unterbrechen zu können aber man muss glaube ich auch so realistisch sein die wahrscheinlichkeit ist halt schon einfach größer dass dann irgendwie leverkusen da irgendwie das durchzieht wobei eigentlich müsste die wahrscheinlichkeit eher sein dass wir tatsächlich jetzt dann mal gewinnen weil wir halt einfach so oft nicht gewonnen haben wenn sich danach so eine wahrscheinlichkeit berechnen würde rené dann glaube ich das ist schwierig aber wir haben auf jeden fall richtig gutes potenzial und ich würde auch unbedingt hier gerne mit ikitike und mammus spielen und ich muss euch auch sagen dieser fluch dieses diese englischen wochen das schöne ist ja dass wir es mittlerweile gewohnt sind das heißt wir kommen aus diesen bereichen dass es nichts mehr kein neuland mehr ist das heißt das training vorher wurde ja auch darauf abgestimmt die vorbereitung mit fitness coach und so weiter und so fort ist ja alles im endeffekt auf diesen bereich abgestimmt dass eben die spieler auch das gut wegstecken können patricia du hast gerade vorhin auch was ganz wichtiges gesagt viele spieler sind ja heute ist es so dass du diese taktischen einheiten und so weiter dann schließt du dir eben aus wo du weißt du hast hier eventuell jetzt brauchst ein bisschen mehr regeneration dann kannst du natürlich nicht mehr so viel trainieren das muss auch mit eingeplant sein aber ich denke der große vorteil ist dass wir hier nicht auf einmal wir spielen jetzt auf einmal englische wochen und dass das erste mal seit 20 jahren weil wir uns mal wieder qualifiziert haben für irgendeinen internationalen wettbewerb da sind wir glaube ich professionell genug dafür geworden und auch die spieler und das trainingssysteme sind heute schon auch sehr darauf ausgelegt dass es funktioniert und trotzdem habt es gesagt es sind alles menschen es sind definitiv auch richtig schlauchende wochen aber da hast natürlich den großen großen vorteil dass wenn du natürlich dann auch aus diesen die wollen ja spielen wenn du jetzt in so einem negativ trend wärst da haben die eh alle dann da kommt es doch dazu dass die dann vielleicht gar keinen bock haben auf dem platz weil sagen jetzt verlieren wir wieder und haben keine lust im moment ist glaube ich so wenn du die spieler auch fragst hast du bock heute zu spielen oder willst du mal raus rotieren gegen leverkusen greifen die sich an kopf und sagen willst mich veräppeln ich will da richtig performen dass sie will mich ins schaufenster stellen und will zeigen was ich kann also man muss glaube ich wäre beleidigt wenn du sagen würdest du bleibst gegen leverkusen auf der bank schon dich mal mach mal locker hast jetzt eine anstrengende zeit gehabt und das ist ja das tolle dass du eigentlich da das aus der eigenmotivation da ist schon die spieler alle richtig bock haben und deshalb hoffe ich dass wir am samstag in voller stärke auflaufen vor allem soll mit top als top torjäger ne du willst ja da auch irgendwie du musst ja tore machen um das zu verteidigen also wenn du an der spitze bleiben willst ich weiß nicht inwiefern man da als spieler drauf schaut aber wenn man das glaube ich man kriegt das ja schon so mit und dann denkt man sich so boah das ist schon geil ich glaube also ich würde das schon gerne ne also so bundesliga top torjäger am ende sein wäre schon also ne ich glaube kein stürmer würde sagen nee ach das ist mir eigentlich egal ich glaube jeder stürmer will das schon wenn dir das egal ist dann wirst du nicht stürmer dann wirst du weiß ich nicht mittelfeldspieler wenn du keinen bock hast auf tore schießen also ja es packt dich dann schon so der ja ja also das definitiv definitiv und ja dennis du hast recht dass das komplette trainings setup ist drauf ausgelegt die spieler da irgendwie fit zu halten das ist halt primär aber halt auch körperliche fitness und ich glaube körperliche fitness sind wir auch noch früh genug irgendwie dabei das alles irgendwie wegzustecken aber dann hast du natürlich auch immer noch die kopf sache die wir ja vorhin auch schon angesprochen haben die da mit mit drin ist und wenn du halt permanent in diesem wechsel dann irgendwie bist und vielleicht zwischendrin wirklich mal so dieses eine spiel hat es was jetzt gerade eben nicht so gut gelaufen ist und ich weiß jetzt gar nicht wie die wie die ergebnisse von mamouche oder die 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 sag schon die spielbeteiligung von mamouche in den in den länderspielen jetzt war habe ich gar nicht so richtig nachgeguckt aber wenn das jetzt irgendwie nicht so läuft dann hast du das natürlich schon auch irgendwie glaube ich als spieler dann da irgendwie im kopf und in diesem schnellen wechsel den du dann zwischen den vereinen hast weiß ich nicht ob du das immer so 100 prozent irgendwie abschütteln kannst für das nächste spiel aber vielleicht dokter ich da jetzt auch gerade zu viel rein was da jetzt gar nicht drin ist wie würdet ihr denn tatsächlich dann aufstellen wollen gegen leverkusen patricia du bist auch hier fachfrau für aufstellungsfragen auf jeden fall ich also wie gesagt ich weiß ich kenne den fitnesszustand der einzelnen spieler jetzt nicht von daher gehe ich mal von einer ja überwiegenden fitness aus und würde ähnlich wie gegen die bayern aufstellen mit natürlich einzelnen änderungen also ich würde ich glaube wir können davon ausgehen dass kevin trapp zurück ins tor kehren wird dann würde ich auf den außen weiterhin teert und christensen aufstellen koch und tuta würde ich so lassen wenn koch denn fit ist wenn der noch nicht kann dann ja wird da wahrscheinlich amon da reinrücken oder so ich hoffe dass koch fit ist ehrlich gesagt weil gegen leverkusen fände ich das schon sehr sehr wichtig dass du da so ein dass du deinen abwehrchef halt einfach da hast aber ja müssen wir sehen also ich würde jetzt mal koch aufstellen und wir hoffen einfach mal dass es reicht das ist ja noch früh in der woche und er hat jetzt das training wieder begonnen vielleicht reicht es bis zum samstag ja dann mittelfeld larson skiri oder dahoud das so der erste wackler wo ich mich frage ist also spielt skiri einfach weil diese larson skiri geschichte eingespielt ist oder wechselt man ihn mal aus weil er wie denn es schon gesagt hat so richtig in der saison drin ist er nicht habe ich den anschein also mein votum wäre gerade ganz klar für der hut ich fand der hat das in den letzten spielen super gemacht und skiri ja ist wie denn es und du jetzt gesagt haben nicht so richtig irgendwie in der saison drin und wenn du die ambitionen hast gegen leverkusen punkte mitzunehmen dann musst du halt schon einfach die spieler dahin stellen die gerade da top unterwegs sind und da hätte für mich gerade der hut so ein bisschen das nähchen vorne wäre denn wisst ihr ob skiri endlich ohne gesichtsmaske spielen würde könnte ist das mit dem joch der hatte glaube ich auch baumbruch oder sowas gehabt weiß ich jetzt gar nicht ob der die weil also gegen gegen die bayern als er reinkam hatte er es nicht reinkam war ja drin ja genau also da hatte er sie noch ja ich kann es jetzt nicht sagen ich habe jetzt die die nationalspiele nicht verfolgt ja weil ich glaube vielleicht hat ihn das auch ein bisschen weil man hat ja das gefühl da sind manche sachen dabei nicht so mit dem kopf in die zweikämpfe und so weiter was man ja verstehen kann kein mensch hat lust mit normalerweise mit gebrochenen oder es gibt ein paar verrückte die sich dann trotzdem rein stürzen aber man hat das gefühl gehabt es hat ihn gehemmt noch dazu also wie gesagt wenn er wieder top fit sein sollte und dings wäre ich auch hätte ich nichts dagegen weil du einfach patrizer du hast so schön gesagt man ist einfach gewohnt man ist es bekannt es sind vielleicht auch ein paar automatismen noch mehr drin als jetzt ein dahoud dann an der stelle bringen kann ich glaube bei uns tut es allen nicht weh wenn dahoud da spielen würde wird keiner sagen oh gott was was will der denn auf dem platz sondern der hat seine berechtigung gesammelt in den letzten spielen und wer am ende da ist ist wahrscheinlich auch so ein bisschen trainingsabhängig der von der woche jetzt noch mal ja also ich glaube schon dass die maske in da irgendwie so also irgendwann geht es ja halt einfach als spieler auf den keks da kann es ja jetzt auch nichts irgendwie gegen gegen machen ob das jetzt der einzige grund ist oder ob da noch irgendwie mehr drin ist weiß ich weiß ich nicht also ich hätte jetzt kein keine schmerzen mit wenn er wenn er tatsächlich spielt mein votum wäre nur gerade tatsächlich mit so einem kleinen plus eher auf der seite von von dahoud gehe ich mit patricia du auch dahoud ich bin ja auch sehr offen für beide tatsächlich aber ja genau und dann habe ich noch die anderen beiden also vorne der sturm ist für mich klar mit mamouch und ekitike ja und dann haben wir gegen bayern knauf und shabby gehabt ähm bei knauf bin ich tatsächlich geneigt dina ebimbe reinzustellen das ist aber glaube ich einfach persönliche präferenz und das liegt gar nicht so daran also knauf hat auf jeden fall das tempo und ich glaube dass es gegen leverkusen auch gut ähm ich weiß nicht warum aber dina ebimbe ist einfach also vom spieler typ her packt es mich mehr und das ist einfach persönliche präferenz ich glaube das ist es bei mir ich weiß nicht wie ihr es seht aber ich glaube daher habe ich den grad irgendwie so auf der auf der liste aber ja keine ahnung also du brauchst glaube ich auf jeden fall gegen leverkusen speed auf den außen weil die ja auch ähm relativ offensiv unterwegs sind mit ihren mit ihren außen und mit ihren flügelspielern ich glaube da könnten sich räume ergeben ähm die du dann halt einfach mit der nötigen geschwindigkeit irgendwie ausnutzen kannst ich kann dein argument schon nachvollziehen ähm dass nebimbe da halt einfach ein anderer spieler typ ist der halt auch mal aufgrund seiner ja seines seines körpers aber auch anhand von seiner von seiner art und weise wie er spielt dann da auch mal ja vielleicht nicht den meter mehr geht aber dann halt auch mal ein höheres risiko bei den themen irgendwie eingeht was du glaube ich bei so einem spiel durchaus irgendwie ähm gebrauchen kannst und in der vergangenheit hat ja auch knauf gezeigt dass er ganz gut als ein wechselspieler da agieren kann also ich könnte bei dem bei der aufstellung mitgehen und ich fände es auch gar nicht verkehrt wenn wir ein bisschen optionen dann noch haben mit einem knauf aber auch mit dem bahu ja dann auch mal zu wechseln und dann frische beine da irgendwie reinzubringen mit der wechsel thematik hat sich glaube ich schon auch verdient hat zu spielen mit der wechsel thematik habe ich aber gerade gedacht dass gerade eben bimbe eigentlich wenn er kam äh nochmal richtig dampf gemacht hat ja auch glaube ich in zwei spielen dann die tore relativ schnell nach der einwechslung gemacht also ich wäre fast geneigt zu sagen anfangen mit knauf und ja sozusagen als zweite welle dann eben bimbe mit reinzuschicken die frage ist wir haben natürlich mit äh zwei wie jemanden auf der seite der definitiv auch äh ball stark und auch gute gute flanken schlagen kann ähm vom tempo her ist natürlich da jetzt aber da haben wir eigentlich auch außer willst du was machen wie in kunko nach vorne aber das ist eher oder könnte es ja auch also gab ja auch oft genug dass sein knauf äh links gespielt hat ich glaube an sich ist es aber auch sehr flexibel oder also so ein mammut der steht ja nicht vorne drin ich glaube der lässt sich vielleicht dann auch einfach ein bisschen auf shabys seite nach hinten fallen dann rückt shabys rein so ein bisschen zentraler und dann hast du ja da auch dann hast du ekitike vorne drin ja ich glaube das sind beides so ein bisschen also ich finde weder ekitike noch mammut kleben vorne drin die sind schon sehr sehr beweglich und haben auch beide ordentliches tempo drauf können dribbeln können sich können solo aktionen fahren also ich glaube das tempo haben wir schon allein durch die beiden vor allem durch mammut auch so vorne noch drin stimmt ja und ich finde auch den punkt den du gerade eben hattest gar nicht falsch zu sagen du hast auf der einen seite einen spieler der irgendwie impulsiv mit speed nach vorne gehen kann auf der anderen seite dann ähm einen der vielleicht nicht ganz so schnell ist aber dafür halt auch gute flanken schlagen kann dass du dann halt wenn du siehst dass da ein raum halt irgendwie aufgeht den wechsel auf die andere seite halt auch rüber machen kannst und ich glaube schon dass chaby dann so einer der der spieler wäre dem wo ich sagen würde das wäre auch gut wenn der dann halt einfach diesen seitenwechsel dann da forciert ähm weil ich mir dann auch sicher wäre dass der ball da ankommt wo er ankommen soll ja da war natürlich so ein bisschen die überlegung ob nicht auch götze äh gerade in so einem spiel vielleicht an der einen oder anderen stelle nochmal spielberechtigung hat aber nicht von anfang an natürlich wahrscheinlich äh das sind so die die punkte er kann halt das spiel auch gut steuern so ein götze nimmt natürlich auch mal das tempo zur richtigen zeit raus gerade wenn wir was wir vorhin gesagt haben es wird sehr viel tempo drin sein im spiel sowohl von uns als auch von äh leverkusen von der anderen seite ist es aber so äh dass wir äh auch nicht überpacet werden die verbindung ist gerade ziemlich schlecht ich hoffe dass das in der lokalen aufnahme dann irgendwie besser ist ja ähm ja götze ist da definitiv glaube ich auch also das war zumindest habe ich der punkt den ich auch verstanden dass du gesagt hast dass götze da auch so ein so ein kandidat für wäre das wäre tatsächlich meine meine alternative wobei du dann bei götze noch weniger speed da irgendwie hast und er ist auch irgendwie so ein bisschen der der leidtragende ähm dass 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 er da jetzt gerade irgendwie in der aufstellung sehr schnell irgendwie rausfliegt weil wir hatten ihn beim letzten mal schon irgendwie äh nicht drin ähm jetzt haben wir ihn wieder nicht drin er hat ja dann auch gegen die bayern nicht äh von anfang an gespielt ich weiß es gerade gar nicht mehr auswendig wie es im spiel davor war aber götze ist da jetzt gerade so ein bisschen der 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 so ein bisschen durch das raster fällt aber glaube ich auch vertretbar wenn man sich jetzt anguckt ähm welche spieler da halt sonst gerade unterwegs sind und wie das dann auch zu den gegnern passt oder wie siehst du das patricia ja es ist so ein bisschen es ist tatsächlich oft diese jb oder götze entscheidung ähm und ja ich also ich weiß gar nicht ich glaube die sind auch nicht weit auseinander also im endeffekt werden die ja immer der eine für den anderen eingewechselt ähm aber du hast jetzt auch die letzten spiele angesprochen ich habe gerade nochmal nachgeschaut und unser gefühl ist richtig äh götze war da nicht in der Startelf also der ist da glaube ich so ein bisschen dem System gewichen ähm auch wie gesagt der war hatte jetzt nicht die allerkrasseste Formkurve in letzter Zeit das hatten wir auch schon mal vor ein paar Wochen ähm angesprochen ähm ja ist halt aktuell eher der Ersatz Einwechselspieler aber nichtsdestotrotz bringt er natürlich eine Erfahrung mit und auch eine Technik ähm also das ist auch nicht zu unterschätzen und das ist auch gut dass wir ihn haben und äh wenn wir wenn wir sagen wir müssen rotieren wird das früher oder später auch darauf hinauslaufen dass ein Götze dann wieder startet ähm beziehungsweise gelbe Karten dies das also ich glaube der wird auch noch auf seine Einsätze kommen aktuell hat da aber einfach äh Chai Bi die Nase vorn und das ist für mich persönlich auch okay ich hab's ja auch vor ein paar Wochen gesagt ähm ich hab ihn auch so ein bisschen vorgezogen vor Götze ähm was nicht heißen soll dass Götze ein schlechter Spieler ist ich hatte einfach nur das Gefühl dass es aktuell irgendwie besser passt mit Chai Bi aber das kann sich natürlich auch im Laufe einer Saison wieder ändern das müssen wir mal schauen aber ich glaube aktuell ist es ist es so wie es ist und ich glaube wenn wir jetzt nicht viel rotieren wird Chai Bi auch eher starten ja wäre auch so mein Gefühl bin ich völlig d'accord mit gerne dann hätten wir dann hätten wir oder dann haben wir eine äh eine Aufstellung von uns dann hätte ich jetzt gerne noch äh Tipps von euch gegen Leverkusen Patricia du stehst ja als erstes in der Liste deswegen darfst du anfangen ähm ich sag 2-2 okay Dennis 3-2 für die Eintracht was 3-1 3-2 3-2 okay ja ich bin so ein bisschen so ein bisschen hin und her gerissen es schreit auch nach Unentschieden mein erstes Gefühl war ein 1-1 aber das passt ja nicht so richtig zu dem was wir vorhin gesagt haben dass da eigentlich schon viele Tore fallen ich bleibe aber bei dem Unentschieden ich wäre dann auch eher bei so einem 2-2 was ich aber trotzdem vollkommen fair fände gegen gegen Leverkusen da einen Punkt mitnehmen nachdem man nach 10 Jahren da nichts geholt hat und da so ein bisschen im Flow drin bleiben fände ich vollkommen in Ordnung könnte ich äh wunderbar mit leben gut dann würde ich sagen haben wir auch äh für diese Woche dann mal wieder das Eintracht-Thema ähm behandelt was wir am Anfang vergessen haben zu erwähnen ist dass ihr liebe Hörerinnen und Hörer uns natürlich unterstützen äh könnt dazu geht ihr mal auf eintracht-podcast.de da findet ihr auch alle äh vorherigen Sendungen und Links zu den Sendungen etc. ähm und dort findet ihr eine Support-Seite wo ihr nachlesen könnt wie ihr uns hier unterstützen äh könnt weil wir eben wie wir es ja das öfter erwähnt zum Großteil von euch da draußen hier finanziert werden was wir gar großartig finden und im Aufruf sind in den letzten Wochen gefolgte Helmut die Martina die der Christian und die Birgit von daher geht der Dank stellvertretend an die vier raus und wenn ihr uns auch unterstützen wollt dann schaut doch mal auf eintracht-podcast.de auf der Support-Seite vorbei so und damit machen wir den Sack für diese Woche zu wir wünschen allen denen die am Wochenende äh in Leverkusen unterwegs sind eine angenehme Zeit äh bringt hoffentlich äh Punkte und ein schönes Spiel mit nach Hause und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder und sprechen über die nächste die nächsten Partien die da anstehen unter anderem eben äh internationale Spiele in der Europa League bis dahin macht's gut ey 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.